Du dachtest, ich bin so wie die anderen. Du dachtest, du kannst mich leicht vergessen. Mein Herz in Gedanken zu dir wandern und ich werde schlagartig von dir besessen? Kapierst du nicht, dass ich in keine deine Schubladen passe? Ich bin ein lebendiger Mensch, nicht deine Puppe, hirnloses Objekt, deine Begierde. Oh, Süße, möglichst ohne Persönlichkeit, verkabelt und immer unter der Selfie-Lupe. Verschwinde, weder mit einem Ton noch mit einem Blick, schenke ich dir auch nur einen Hauch von Beachtung. Hier entsteht mein Drehbuch mit meiner Musik und du bist nun komplett raus aus der Szenenbetrachtung.